Hallihallo, Hallöle und herzlich Willkommen zu Exosokte. Axe Survival, hier in der Paläontologie. Und ich habe ja in der letzten Folge angefangen eine Frage anzustellen, aber da ist aufgefallen, dass wir schon sehr lange an meinem Zocken waren. Ja, wie hieß denn die Frage? Ach ja genau, Lucy, wie findest du mittlerweile Axe Survival? Du hast ja doch schon ein paar Stunden mehr jetzt hinter dir gebracht. Was meinst du genau? Naja, so insgesamt, naja, Gameplay und, äh, Baufunktion, was du so entdeckt hast bis jetzt. Baufunktion, Gameplay, muss ich sagen, äh, gibt's nix besseres. Ui, 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 ui. Gibt's nix besseres. Äh, und dass das halt auch ein bisschen gemischt worden ist, sag ich mal, ach, ähm, äh, das, äh, das, äh, das Uhrzeit und das Future-mäßige ein bisschen, da wir's jetzt gesehen haben. Äh, finde ich das eine sehr interessante Kombination. Kann man, äh, kann man machen, äh, okay. Ja, ich hab mal eine kurze, äh, zwischens, oh, die Wolken kommen gut. Ähm, ich hab hier eine Palme, die schwebt in der Luft. Ich würd mal sagen, das Spiel ist bugfrei. Mhm. Also, an der FPS haben sie auch ein bisschen was, äh, gemacht, also Performance. Na, ich bin am überlegen, auch, äh, wenn die Performance insgesamt noch besser wird, ähm, werd ich wieder im Full-HD-System spielen. Also, jetzt spiele ich ja aktuell in den 4-Gigabyte-Modus. Und wenn das jetzt noch besser wird, dann werd ich dann so spielen, dann, dann sehen die Bäume auch besser aus, wenn die umkippen und so. Das sieht gerade doch noch ein bisschen sehr mager aus. Aber wenn da sich was tut, dann werde ich das auch machen. Und dann... So, wie ich weiß, äh, der nächste Patch, äh, soll auf jeden Fall auch ein klein wenig was Performance-Technisches sein. Und Server-Einstellungen. Oh. Und weniger Haie kommen, äh, werden, äh, es sind zu viele Haie gespawnt. Es sind zu viele Haie gespawnt. Ich hab doch keinen einzigen Haie gesehen. Das Einzige, was mich immer gefressen hat, waren irgendwelche Piranhas und sowas Zeug da, äh. Ah, Piranha-Dreck. Die Piranha-Dreck, ich überlebe die schon nicht und dazu war es auch noch ein Hai, oder was? Ach, Piranha, das ist, äh, das ist Bibi-Fatz. Ja, das ist Metadon für Meeresforscher, oder wie? Ja. Ja, also ich, ich selber feier immer noch das Spiel, alleine wegen den Sattel von Nadja und so weiter. Und ich will mal gucken, dass ich auf mein Haus so Flaggen ranbekomme, also so bunte Flaggen. Äh, hab ich... Ja, hab ich schon gestern, JD, ist schon der Auftrag gegeben, dass er erstens mal... Ich brauch Flaggen für die ganzen Türme, die Eingänge. Und, äh, es ist schon mal sechs Flaggen, muss er schon mal bemalen. Okay. Dann kommen noch, äh, ich will auch noch zwei Flaggen auf dem Dach haben, und so weiter. Der soll sich da drum kümmern. Der ist Malermeister, der hat alles durch. Der ist Malermeister, okay, ja. In deinem Spiel ist er Malermeister, dass er auch eine Beschäftigung hat. Dass er auch eine Beschäftigung hat. Ja, ich, ich hab ihn ja gestern, äh, Chance, äh, beauftragt, äh, sag ich mal, sich um, äh, um die Wasserleitung zu kümmern, für, äh, für alle unsere Häuser. Mhm. Das wird er machen. Und die Fahnen hab ich schon beauftragt, brauch ich sechs Stück, und, äh, ja. Ähm, äh, ich sag mal so, das wollte ich eigentlich von Anfang an. Damit haben wir ja angefangen. Du bist fürs Taming zuständig. Ja. Ich bin für, äh, für Häuserbau und Materialien und sowas zuständig. Und, äh, der liebe JD ist, äh, ähm, für Bärenpflügen. Wir sind alle für Bärenpflüge verantwortlich. Naja, damit jeder sein eigenes Tier irgendwie füttert, wa? Richtig. Erstens das und zweitens, äh, ja, weil er halt auch noch ein Trikot, der kann ein bisschen was und jetzt meiner, äh, kann jetzt auch was. Okay. Okay. Ähm. Maya Müller ist, äh, nee, Maya Müller, sag ich, äh, Nadja ist überladen. Und JD habe ich ja schon gesagt von Anfang an, wo er reikommel ist auf der Surfer, dass wir, äh, dass wir die Sachen aufteilen. Er, äh, er hat, äh, er kümmert sich nur um Wasser. Ja. Um Elektrizität. Also er ist Gas-Wasser-Scheiße sozusagen. Gas-Wasser-Scheiße, Elektriker und Maler. Okay. Und wenn er damit, äh, so gesagt, alles, äh, schon gemacht hat und alles drum und dran, dann, äh, soll er den Rest alles noch weiter skillen. Und so, äh, so machst du es ja auch. Du kümmerst dich nur um die, äh, notdürftige Sache und hauptsächlich um, um die Sattel. Ja. Siehst du, da hat jeder seinen eigenen Part und das, äh, nimmt schon alles in Anspruch und dann kann man das auch schön aufteilen und dann, dann kann man sich doch besser auch dort drauf auf das eigene konzentrieren. Ja, das macht Sinn, ne? Hm? Das macht Sinn. Dann, äh, äh, irgendwann mal am Schluss kann man, kann man, äh, kann jeder dem anderen, sag ich mal, die anderen Sachen zeigen, wie das funktioniert und blau und schwall, vielleicht, äh, hat der anderen einen Trick dafür, wie er es am besten machen kann. Dann kann man sich ja noch mal zusammenhocken und darüber diskutieren und du kannst uns, äh, sag ich mal, äh, das Taming beibringen, ich weiß ja, wie es funktioniert, aber ein BD vielleicht oder so Sachen. Lauter Sache. Ja, ist das richtig. Wir erkennen uns das mit, äh, mit Malen, Teigen und so Sachen. Ja. Wasserleitungen setzen, Elektrizitätssätze, das kann man uns dann auch zeigen. Na, das klingt ja fast nett, ne? Hm. Hm? Ja, das klingt doch fast nett, würde ich sagen. Jeder, äh, jeder hat seine Aufgaben, äh, Bereiche und... Weil zu viel jeden, äh, was, äh, äh, sage, äh, okay, um kann man auch sagen, es gilt so, wie du willst und jeder kümmert sich um seinen Scheiß, aber das ist ein bisschen blöd. So ist ein bisschen mehr Gruppe Zusammenhalt. Ja, das macht durchaus Sinn, ne? Äh, wo ist denn Nadja jetzt geblieben? Ach, da hinten. Die Tigert hier rum und weiß nicht, was er machen soll. So. Ah. Mensch. Komm mir mal nach, Nadja. Komm mal mit. Put, put, put. Sagt man eigentlich put, put, put zum Parasaurus? Ich weiß das nicht. So, komm mal her. So, du kannst direkterweise hier stehenbleiben. Disable Following und ab ins Inventar. Gut, äh, gut, äh, Wood raus. Mayo Berry kommt bei ihr rein. Das kommt hier raus. Haben wir, haben wir, haben wir. Dann werde ich mal gleich Beeren pflücken, weil Beeren muss ich sowieso haben, gelbe noch. Kräger langsam ein bisschen Hungry. I'm, I'm Hungry. Hungry. Ungarn sozusagen. Hungry, weißt du? Äh, dat, 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 dat. Das passt. Wut, wut, wut. Wut, wut, wut haben wir hier drinnen. Apropos, wut. Ich hatte doch geskillt. Ich habe aber noch Punkte über. Ich wollte mal gucken, was ich kann. Ich kann einen Sattel bauen. Nee, das ist kein Sattel. Was denn bitte? Lut-Extraktion. Nee, das will ich nicht. Äh, hier haben wir einen Istosaurus-Sattel. Den kann ich jetzt, äh. Ich kann einen Istosaurus-Sattel. Ich kann einen. Den kann ich schon, den Raptor-Sattel. Also, Raptor-Sattel geht schon. Dann kann ich jetzt einen Trike-Sattel. Und mit Level 25 kriege ich den nächsten Sattel. Ja. Level 25 ist noch ein bisschen Hinhalt. Äh, 23 müsste ich haben jetzt so oder sowas. Schätzungsweise. Bis welchen Level geht denn? Der Level 55, 60, 80. Ach, du Schande. Was sind denn das hier? Das sieht ja nach Raketen aus oder was? Das ist ja ein MG. Walkie-Talkie. Okay, das ist ein bisschen seltsames Zeug. Also, das möchte ich eigentlich nicht aufbauen. Das ist ein bisschen komisch. Äh, ja. Schauen wir mal. Gut. Also, Level 25. Ich bin Level 23,5 fast. Naja, 23,33333. Das heißt, ich gehe wieder raus. Und dann gehe ich jetzt mit Nadia... Pflücken. Äh, falsch. Hier. Was brauchst du? Was denn? Was du brauchst. Wie meinst du das jetzt? Ich bin mit meiner Bärenmaschine unterwegs. Ja, ich will ja auch pflücken. Da kriege ich ja XP sozusagen. Ach so. Ja. Order, Enable, Following. Weil das ist ja auch dann automatisch XP machen, ne? Das ist ja auch aktuell ein Problem, was ich habe. Dass ich doch ein bisschen, äh... Arc Survival hinterher hänge. Weißt du? Äh. Ich weiß, was ich ja... Ange... Angehaue. Was hast du angehauen? Angehaue ist tot. Was hast du getötet? Ich habe jetzt den Stegosaurus getötet. Deinen eigenen, oder? Einen anderen. Ach, einen anderen. Okay. Ich wollte schon sagen, es gilt da seine eigenen Stegorantien. Nö, nö. Ja, Mann, weiß ja nie. Ach, jetzt muss... Ja, Mann. Da wird er noch sterben, glaube ich. Ja. Es ist natürlich blöd, dass Nadia wieder öfters zupicken muss beim Pflücken. Pflücken, war. Musste schon zweimal wieder zu pixen. So. Ich sag, das schafft ihr jetzt... Äh, das schafft ihr mal einen Trike oder einen Stegor. Ich finde Nadia aber viel cooler. Aber wenn ich sowieso was thämen will, brauche ich erstmal sowieso jede Menge Naco-Berries, ne? Ja, für die Pflanzenfresser, ja. Ja. Und ein Stegor ist ja ein Pflanzenfresser. Ja. Oder ein Trike. Aha. Ja. Genau. Pflücke, pflücke, pflücke. Da wird der Dino richtig pflücke. Da komme ich gerade mit dran. So, jetzt geht's weiter. Ja. Also ich finde gerade hier die Dschungel-Atmosphäre ganz toll. Der sieht super aus hier. Oh Mann. Dschungel, Dschungel, Dschungel. Herrlich, Luzi. Das ist richtig schön hier gerade. Also damit kriegt man mich ja. So. Und wir wedeln hier die Palmen komisch. Wenn ich das so mache. Hä? Wedeln die nochmal? Wollen wir mal so? Hm? Das ist sehr seltsam. Okay. Ist irritiert. Das ist der Irritator. Äh... Okay, das will er nicht nehmen. Keine Ahnung. Das wollte er. Das hat geklappt. Sehr merkwürdig manchmal. So, jetzt kommen die hier ran. Genau. Das geht doch. Mann. Na? Okay. Oh, da ist ein Pflugsaurier vor mir. Hallo, Pflüge. Hattest du schon Giftpfeile geskillt? Giftpfeile oder Narkotika? Ja, Narkotikpfeile natürlich. Äh, du hast Narkotikpfeile. Ach so, okay. Bei deinen Kisten waren welche dabei. Ach so, okay. Da waren welche dabei. Naja, Pflugsaurier kann ich aber eh noch keinen Sattel bauen. Hm, hm, hm. Das wäre halt so eine Überlegung, wie er zum Pflugsaurier, weißt du? Ja, JD will auf jeden Fall einen. Naja, ich denke, die wollen wir alle haben, wa? Ja. Ja. Wie, wie hieß denn der Pflugsaurier? Äh, ja, Pflugsaurier halt, wa? Wie hieß denn der Pflugsaurier? Äh, ich hab gemeint, du kennst dich am besten mit den Pflugsaurier aus. Also, ich nenne sie immer Pflügli. Nein, ist kein Witz. Gibt's auch einen richtigen Namen für das Vieh? Äh, ähm. Ähm, ja. Gibt's theoretischerweise. Da müsste ich selber nochmal nachgucken. Die sieht jetzt echt aus dem Kopf nicht. Kann ja nicht alles wissen, Luzi. Und ich vor allem nicht auf Anhieb immer. Ich muss manchmal auch überlegen. Äh, wo? What? Oh, ich finde die Natur hier so toll. Das ist so schön hier. Oh, da vorne ist ein Spucker. Das gefällt mir auch toll. Spucki! Da ist er. Hallöchen! Ja, komm her. Äh, spuckst du oder spuckst du nicht? Genau. So. Geht doch. So. Ähm. So. Gibt wieder ein bisschen rohes Fleisch. Sehr schön. Und weiter geht's. Äh. Ich habe auf meinen Armdino geschissen. Ist nicht so schön. Na, war das los? Aha. Oh, noch einer. Spucki! Tja, gegen Nadia hast du keine Chance. So, weiter geht's. So, schön alles aufpflanzen hier. Wobei ich echt das Gefühl habe, dass es noch hier sehr mühselig mit Nadia ist. Warte mal, ich mache das mal emmanuel. Äh, Waffe aus der Hand. Pflücke, pflücke, pflücke. Dann kann man auch mal sozusagen mal den Handschuh sehen. Den Handschuh der Verderbnis. Äh, der Handschuh. Das ist der Handschuh, der pflücken kann. Und ja, dann mal diese Lederklamotten. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Also, ich muss mal sagen, na, äh, äh, Maja Müller in Leder, das passt schon. Hat ein bisschen was auch von Maja Müller in Lack und sonst wie. War Lucy? Ja, abends sitzt dann Lucy abends irgendwo in einem stillen Örtchen und guckt sich die Videos mit Maja Müller an. Aber ich kann's ja verstehen. Maja Müller macht schon echt was her. Also, meine Güte. Und sie hat ja Auswahl im Gegensatz zu Lucy oder, äh, Jade. Die haben ja keine Auswahl. Die können ja nur Maja Müller nehmen, ne? Das ist natürlich für die beide Pech, ne? Oder Glück, je nachdem, wie man's will. Nur Maja Müller nimmt nur einen. Aber sie weiß noch nie wen. Exus? Ja? Ich will ein Krokodil. Du willst ein Krokodil? Ja. Never smile at a Krokodil. Warum? Zwische ein bis zwei Stunden Taming-Dauer. Äh, hä. Ei zwischen zwei und vier Stunden. Dann muss ich also mal einen Tag haben, wo ich viel Zeit habe. Äh, wie heißt das? Krokodil. Ne, 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 ne. Der Flugs auch, ja. Äh. Ich guck mal nach. Äh, Pteranodon. Pteranodon. Genau, so hießen die. Genau. Jetzt weiß ich, warum der Name mir auch nicht so auf Anhieb einfiel. Pteranodon. Ja, ja, jetzt weiß ich, warum ich den Namen wissen wollte. Den Flugsaurier. Ja, 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 der Flugsaurier hat den Namen. Warum wolltest du den wissen? Weil du nachguckst, was der kann? Der kann fliegen. Ja, ich weiß und Leute transportieren. Aber das hat mich nicht interessiert. Und warum willst du denn einen Krokodil haben? Weil es geil ist, einen Krokodil zu haben. Es ist geil, einen Krokodil zu haben. Das verstehe ich gar nicht. Dass es jetzt so geil an einem Krokodil ist. Das verstehe ich gar nicht. Das ist doch nur ein Krokodil. Ein Krokodil. Krokodil, Krokodil. Dieses Krokodil wird ihm präsentiert von Aikaramba Entertainment. So. Ja, und ich sehe gerade, wir haben wieder eigentlich fettige Aufnahmezeit erreicht, Luzi. Wie immer, ne? Wie immer. Ja, wie immer. Das ändert sich irgendwie gar nicht. Und ja, das ist halt Arc Survival, würde ich mal sagen. Und ich würde mal sagen, wenn ihr wollt, mögt und vor allen Dingen auch könnt, sehen wir uns morgen wieder. Und ich mache gerade schon Gedankenplanungsexperimente wegen das Taming, was ich als nächstes tamen werde. Weil, ich kriege langsam Fleisch ran. Ich kriege langsam wieder Neko Berries ran. Das heißt, wir könnten theoretischerweise uns langsam psychologisch darauf vorbereiten, entweder den ersten Pflanzenfresser zu holen. Oh, der Pflanzen, sag ich, Fleischfresser zu holen. Oder wir holen doch nochmal einen Trike oder ein, 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 ein SD-Golon. Und wir schauen das mal an. Also, in dem Sinne euch allen einen schönen Tag. Ciao, ciao, bye, bye und shirio. Shirio.